Harry Potter und der Plastik-Pokal Wenn ich das guck, ist mir alles Fick-Egal Helga! Helga! Nein, nein, warte, ich such wirklich meine Freundin Helga! Helga! Oh Mann, ey, kapier das nicht, ey! Wo bist du, du dumme Wichserin? Lass dich dir einmal alleine, ich mach unser geheimes Zeichen! Ravioli! Also könnte das mit ganz viel Fantasie aussehen wie Ravioli? Ja! Nein, Snape, hör auf mit Dumbledore zu knutschen! Helga! Wer schreit denn da so? Helga! Was ist das denn? Helga! Wer bist du? Wurz weg hier! Was ist hier los, warum ist alles verkrukelt? Hab ich was verpasst? Helga! Er hat so ein Geier als Helga! Harry! Ich glaub, ich hab' nicht so lange gesucht! Ja, bestimmt zwei Minuten lang, ey! Ey, guck mal in den Himmel, findest du nicht, dass das aussieht wie Ravioli? Nee! Benutz deine Fantasie! Gioa, du 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 Fantasie! Kinder, geht's euch gut? Ey, ey, ey! Ich bin's der Süßigkeitin, Mann! Wer will eine Lutscherstange? Schalten Sie Ihren Schnabel! Lutscherstange? Lutscherstange! Wer will aber Lutsche, ne? Ist das Lakritze? Lass dich doch nicht drauf ein, Harry! Aber ich mag Lakritze! Ja, fixern wir uns nur in die Wäsche, also lenke ihn lieber ab! Oh, da fliegt Superman! Wo? Das war ne gute Ablenkung, oder? Weil Superman ist eine fiktive Figur und die gibt's gar nicht! Joa, das hab ich wohl verstanden! Sie wollen nicht, was? Ich hab's kapiert! Also wir können ja lutschen, was? Äh... Halt, halt warten Sie! Moment! Hinter Ihnen steht ein dreiköpfiger Affe! Wo? Ach, schon wieder ein Dreiköpflein gefallen! Niemand will an meiner Lutscherstange Lutschen! Wo soll ich denn noch hin? Ich kann ja nach Fockmanns... Leute, ich hab das Gefühl, dass diese Schule ja genauso wird wie letztes Jahr auch. Man versucht mich zu vergewaltigen und wir verarschen Leute. Aber dieses Ravioli-Zeichen, das hat irgendeine höhere Bedeutung. Jetzt sieht's aus wie ne Brezel. Oh mein Gott! Das gibt's doch nicht! Holsteiner Knochenschinken ist von 30% runtergesetzt bei Lidl! Wie günstig! Wollt du naschen? Wollt du wollt du naschen? Wollt du wollt naschen? Wollt du wollt naschen? Ja, Kinder! Wollt du wollt du naschen? Ja, hier, ich... Einmal Pommes! Hier bitte! Ein Euro! Aber das sind keine Pommes! Ein Pommes! Ein Euro! Ein Euro! Gib mal los! Ja und hier! Nicht Mama! Äh, ich will... Ich will... Was will ich denn? Hallo! Ich schicke eine Schile-Banane! Morgen! Hier, guck mal hier! Ja... Hier, bitte! Mach hallo! Ich schicke eine Schile-Banane! Äh... Ne, ne danke, ich hab schon eine. Immer nur was du naschen! Könnte ich etwas von dieser... Ahoy-Brause haben? Ja bitte! Harry, stimmt irgendwas nicht mit dir? Du wirkst irgendwie so angespannt! Wie soll ich euch mal was sagen? Ähm... Die Marshmallows hier... Schmecken saunig wie Pommes! Es sind keine Pommes, Ronald McDonald! Scheißläuse! Ähm... Wenn ich dich darauf hinweisen darf... Du hast einen Ständer! Normalzustand? Ich kenn das gar nicht mehr anders! Hör zu! Ich finde das ekelerregend! Entweder du wichsen dir jetzt auf der Toilette runter oder ich schneide ihn stückchenweise mit meiner Nagelschere ab! Denk an was Asexuelles! Denk an was Asexuelles! Lass uns beste Freunde sein! Speck und Mayonnaise und Gurkenglas Wasser! So, das war der letzte Punkt der School Rules! Bitte behaltet das! Das ist sehr wichtig! Oh, ich hab nicht noch nie laufen sehen! Was hast du denn? Sie haben gesagt, ich soll Bescheid sagen, wenn jemand vor der Tür ist! Ja, na und? Steht jemand vor der Tür! Dann lässt sie doch rein! Okay! Hm... Jo, Kinder, jetzt hör zu! Es kommt ne very important message! Es wird ein gigantisches Battle geben! Nein, 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 nein! Nicht das, was ihr denkt! Kein Rap Battle zwischen mir und Lord Voldemort! Denn das wäre ja langweilig und ich würde ja sowieso gewinnen! Nein, viel besser! Ihr müsst euch mit Schülern von der anderen Schule battlen! Ganz genau! Und damit meine ich das volle Programm! Aber was heißt das? Karmgummi in die Haare schmieren! Ah! Kakao in Ranzen schütten! Und Klappmesser ins Auge! Ah! Oder was jetzt geklärt ist! Begrüßt mit einem ganz lieben und ganz netten Applaus Die lieben kleinen parisischen Mädchen von der Frenchie-Posse! Tja! Mädchen! Mit dem Arsch! Möw! Fertfährdelschirr! Möw! Pfff! Wir sind zwar toll wie vom Pupps in Schmerzwerlinge! Möw! Alter! Dies sieht aus wie's Neid! Nur geschminkt! Hörn! Zwei-faches Alter und kala-bums! Fertig! Möw! 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 Echt geil! Oh Mädchen! Möw! 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 da war ein Fleck so Kinder jetzt hört mal die Schnauze es folgen die Kinder von der Russenakademie oder Vulgan egal, irgendwas mit Wodka 2, 3, 4, 5, 6, 7 hey, mein Bambu-Stock mein Bambu-Stock lieber leg den Hut oder leg den Rock aber das klingt wieder mein Bambu-Stock ist das ein Zirkus? ist das der Clown? der sieht witzig aus und hier ist ihr Schulleiter Igor Akarkarov ja, okay, reicht so, dann wollen wir den Noobs mal zeigen wie man richtig Musik macht alle mitmachen auf 3, 5, 11, 3 ja, ich bin frisch dann wieder back from the unknown back from the unknown what the fuck und hier ist der Kano und wo sind eure Hände? ja, ich bin frisch oh, ich bin frisch lacht Joch Maggio, du wirst khubch Ich wollte nochmal ganz viel Merci sagen, dass Sie mich hier reingeladen haben. Jo, ich wette, Sie und Hagrid werden sich riesig verstehen. Hallo? Monsieur Hagrid, wissen Sie, was mir gerade auffällt? Ja, ja. Sie sehen im Gesicht aus wie ich unterm Rock. Oh, sagen wir vieles. Gah, verfickter Fickseise ficken Kacke, Mistgabel, Sie Arschkackewurst. Jo, ich geh mal wieder weg. So, Kinder, es folgt der spannendste Moment eures Lebens. Das hier neben mir ist die berühmt-berüchtigte... Feuer-Tombola! Ich kenn die gar nicht, die ist nicht berühmt. Da töt ihr euren Namen reinschmeißen und vielleicht gewinnt ihr ja am Ende den geheimnisvollen Preis, den ich jetzt noch nicht verrate. Ja, aber alle, die mitgemacht haben, kriegen einen richtig tollen Trostpreis. Pflaster. Zufälliger bin ich auch hier. Ich spür die Pflaster. Ich spür die Pflaster. Böse! Diese Person ist böser! Böse! 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 Die Musik mag ich nicht! Ich muss kotzen. Was ist das? So, das nenn ich mal Musik. Der spricht, als müsste er dringend einen Neger abseilen. Was? Ähm... Alter, guck mal. Der hat ein bionisches Auge. Das ist 100 Milliarden, 1000 Milliarden, Millionen mal besser als ein normales Auge. Bionisches Auge aktiviert. Na, wenn das nicht der Udo ist, dich hört man ja schon vom Weiten. Du hast schon das Quietsche-Schuhe. Ja, Pech für dich. Pech für dich. Du hast Pech gehabt und ich nicht. So, jetzt erstmal ne Pepsi. Ey, guck mal, der trinkt Pepsi. Ja, dann kann er heute Nacht bestimmt nicht schlafen.